So meine lieben Freunde, wir sind zurück bei The Guardians of the Galaxy Telltale Series Und wir untersuchen hier erstmal weiter, bevor wir den Typie da vorne rechts uns vorknüpfen Ist das Schmerz im Kampf oder sollte es so sehen? Kann ich jetzt was anderes machen außer look at this? Nein, nur look at this Oh, ein Helm! Nehm! Bingo! ID Chip! Oh! So, das ist richtig ouch Gibt es hier oben noch irgendwas? Okay, also E und Einen runter und Ein bisschen rumspacken und Q und Open Hmm Shift Yo! Was? Hast du irgendwelche Infos über Thanos? Unfortunately I do Being raised by a monster You learn firsthand of the darkness that lives within them Thanos exists solely to impress death To rule the galaxy unopposed We would be wise to prepare for a battle Unlike any other So, hier mal rumfliegen So, hier mal rumfliegen So, gucken wir mal Hier, lauf, lauf, lauf Komm, Kollege Bam, bam, bam und dann liegt er da Okay Hey Rocket Okay, der Typ kommt von hier Der Typ kommt von hier Der Typ kommt von hier Der kommt von da Irgendwas muss ich dir doch haben, um das da oben aufzumachen Lock Man, ich hab die hell aus dem Ding Ich hab die hell aus dem Ding Ich hab die hell aus dem Ding Gamora, du hast ein sec? Der Typ kommt von hier Der Typ kommt von hier Der Typ kommt von hier Wird da raus? Probierbar, Star Lord Gut, steck aus der Tür Wie, wie, coloured auch hier Ent likewise Entstanden? Oh, ich mag nicht den Geräusch davon. Das ist ein Kree-Tempel. Sie sind eine technologisch erhöhte Spezies, stark im Körper, stark im Militär. Was macht Thanos hier überhaupt? Was ist hier? Was will er mit diesem Ort? Ich glaube, dass wir herausfinden. Ich weiß eine Sache für sicherlich. Ich muss das Ding arbeiten, oder wir sind alle tot. Ich bin fast fertig. Ich versuche. Ein bisschen mehr Kalibrieren, und das Baby wird singen. Wir sind auf dich, Rocket. Nichts inspirieren die Kreative-Soul wie intensiv Druck, oder? Hey, ich glaube, das kann uns runternehmen. Wenn die Kontrollen nicht zu verabschieden... Ich bin Groot. Ja, ich wusste es doch. Groot sagt, dass er Angst hat, dass wir mehr zu verabschieden sind, als wir zu verabschieden können. Ja, warum solltest du dich relaxieren, du großartige Baby? Wir gehen einfach in den alten, schrecklichen Tempel. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Groot sagt, er wird versuchen. Da, gut wie neu. Die Zeit kommt. Ich bin Groot. Either Thanos fallen, oder wir machen. Ja, lass uns fallen sein. Ja, lass uns fallen sein. Geile Pose. Da fährt es so langsam runter, ich kriege eine Waffel, ey. Geil. Ah, herrlich, herrlich. Ah, herrlich, herrlich. Geil. Geil. Das ist der schnellste Elevator im Universum. Du kannst das nicht wissen. Nein, 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 bitte. Deine Leidung hat beendet. Endlich. Das ist mir. Ach, ich... Ja... Hey, du! Jackass! Kindige insulte. Ich würde so viel von dir erwarten. Jetzt, dass ich das habe, werde ich durch die Galaxie gehen wie eine große Waffe, um die Fähigkeiten von jedem Inhabitant und die Zivilisationen von jedem Planeten. Oh, lass mich sagen. Es ist eine ähnliche Superweapon. Oder etwas. Die Eternity Forge. Ich hab es! Frau, du hast dich mit solchen Päthetischen Kreaturen gehalten. Ich war nie deine Frau. Dann wirst du ein Adversary. Ja, das ist nicht passiert, big guy. Ihr actions are futile. Du kannst mich nicht töten. Oh, Mann. Gib mir ein paar Sekunden! Wir haben nicht mehr! Mein turn! Das ist für meine Frau und Däute! Du bist immer der ungratetige. Du bist richtig. Danke für mich trainieren, um zu töten. Ich werde es in guthe use. Hey, schau! Ich bin eine Distraktion! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Du hast alles aus mir genommen. Ich weiß! Ich habe dir ein Ziel. Ich weiß! Alter, ist das kompliziert. Ich weiß! Leute, es ist fertig! Es ist bereit! Dann benutze es! Keine Weapon kann mich töten, Vermin! Komm, komm! Beine! Ein deutlicher Ort. Hm! Ja! Mensch! Oops. Oh Groot! Ich bin Groot! Ich bin Groot! Was ist das Mechanical-Nonsense? Warum gibt es drei Trigger? Peter! Ich habe das Ende! Du bist eine Waste von Leben! Okay, da ist es wieder. Oh, auf die Fresse. Eih, der Witz ist geil. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl. Ich habe ihre Sins gesehen. Ich habe die Sins gesehen. Ich habe die Sins gesehen. Heavy weapon. Wie ist das? Wie ist das? Keine Ahnung. Ich kann nicht glauben, Leute, aber er ist tot. Ich bin Droot. Ja, wir müssen es hier aufnehmen, aber wie es hier weitergeht, was wir damit anstellen, das sehen wir beim nächsten Mal. Also liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, mir macht das Spiel mega Spaß, lasst mich über ein Däumchen wissen, bis zum nächsten Mal, euer Pifrik, ciao, ciao.